Mein heutiges Spezialthema ist der Beckenboden. Beckenboden-Funktionen, Beckenboden-Dysfunktionen und Dysbalancen bei Frau und etwas später kam dann auch dazu beim Mann. Weil ich weiß, dass Männer sehr häufig etwas nicht ganz fachgerecht behandelt werden, wenn sie zum Beispiel nach einer Prostatektomie inkontinent sind. Und diese Beckenboden-Arbeit, die vermittle ich in Deutschland, in Österreich, wieder natürlich hier in Klagenfurt. Ich vermittle sie in Wien. Ich vermittle sie aber auch ganz, ganz exzessiv in Korea. In Korea habe ich sogar 45 koreanische Teilnehmer, die sich für die Beckenboden-Arbeit interessieren. Und das geht nun schon Jahre so. Meine große Freude ist, dass dieses Buch jetzt in Koreanisch übersetzt wird, sodass eines Tages meine Arbeit in Korea Fuß fasst, ohne dass ich natürlich dieses Buch, was ich geschrieben habe, lesen kann. Das Buch heißt Nach der Geburt, Wochenbett und Rückbildung und beinhaltet das Heller-Konzept bei Beckenboden. Funktion, Dysfunktion und bei Dysbalancen.